Ich bin Rebi, ich bin Uhrmacherer bei Fortis. Wir bei Fortis bauen unsere Uhren an vier Gläser, weil es das härteste Glas auf dem Markt gibt. Die Gläser bei Fortis haben eine antireflektierende Beschichtung getroffen. Das gewährt euch eine perfekte Ablesbarkeit. Die Beschichtung ist ganz fein aufgedreht, ist weniger hart als Saphir-Glas und kann dadurch aussehen, als hat es Kräbler drinnen. Eine Fortis-Sauhr gehört nicht in Safe, sondern an das Handgelenk. Auch wenn es einen kleinen Kratzer in der Beschichtung des Glas gibt, kein Problem, wir tauschen dir das Glas sehr gerne aus.